Servus Densi! Servus Berner! Servus Densi! Servus Berner! Aber da überlegst du echt, ist es, ich weiß nicht, da wischt der dich im richtigen Moment. Nein, man tue ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Es ist so heiß. Auf zum Soda. Es ist so heiß. Es ist eine Risse-Schlange seit zwei Jahren in Graz. Ja, lame. Ist es lame genießen. Was wollte ich nicht sagen? Ich weiß es nicht. Eine mediale Geschichte. Präsenz. Präsenz. Das nehme ich. Wir hatten schon drittlernen und dann dreht er Facebook und Insta und WhatsApp und alles so einfach original in Europa ab. Kannst du dir so ein Leben wieder vorstellen? Was tun wir dann? Müssen wir zurück auf Myspace. Before the wolf eats your grandma, if the wolf happens. Okay. Und weißt du, was voll spannend ist? Schau, da ist ein ganz Kind hinter dir. Meine Güste. Warte, ich versuche das Kind da jetzt ein bisschen rauszunehmen. Alles Junge. A little something to make me feel. Irgendwie schaffen mit der AKS und wir werden sie wieder finden. Wir werden es wieder hinkriegen. Dann, wobei. Wobei. Wobei was. Ja. Weißt du, es gibt schon so viel Laber-Podcasts und dies, das. Und ich möchte mich da schon ein bisschen abhängen davon. Weiter so. Folgt uns auf Instagram, auf Spotify, auf YouTube. Das war's. Stockt uns von mir aus daheim vor der Wohnungstür. Lauert uns auf. Nein, danke. Nein, das darfst du nicht. Stopp. Das diskutieren wir drüber. Sicher. Vielleicht finden wir wieder irgendeine Challenge oder was. Wobei, jetzt reicht es mal. Machen wir jetzt mal die eine, oder? Das ist okay. Ja. Und 50% ist Televoting. Und am Montag ist schon die Juryentscheidung und am Dienstag ist nachher Televoting. Deswegen wissen wir noch am Mittwoch. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Immer noch nicht. Aber jetzt muss ich die Community gleich fragen. Also, was für die, die jetzt unten waren, gar in Lignano, was ist euch am meisten abgegangen? Waren es die Flaschen, die Dosen oder waren es die Wassermeladen? Ja. Schreibt es uns in den Kommentaren. Es wird immer mehr. Die Community wächst. Ich habe ein gutes Gefühl. Es ist halt wirklich Kunst. Naja. Kunst. Es ist eine Spitzenspur auf höchstem Niveau. Entschuldigung. Ich finde es ja voll die spannende Sportart. Weil wenn... Schin, schin. Wo ist halt der Lichtschwert? Ja, es war so ein Lichtschwert. Warum hast du kein Lichtschwert da? Heute hätten wir kämpfen können einmal so zum Start. Weil es noch gar keine Lichtschwerte gibt. Das ist Science Fiction, Nancy. Laufen und ich. Wir sind keine Freunde. Ja, wie können wir das lauten, Nancy? Also, das ist meine Sprache. Heute noch früh haben sie die Geschichte geschickt. Ich habe mir die durchgelesen und dann beim Rübergehen vom Video-Equipment habe ich schon bei jedem Baum geschaut. Echt? Ja, habe ich schon Kornnatter guckt. Schaut, ob die Akkus da sind. Dann bin ich wieder hergekommen und habe die Akkus immer noch nicht gefunden. Es ist eher das Problem. Es wird heiß, heiß, heiß. Es wird heiß, heiß, heiß. Und ich werde so dann, so dann, so dann. Großer Lebensmittelhersteller. Ja. Ein Posting mit einer neuen Personalkampagne. Okay. Ähm. Hey Tinder-Schwindler. Wir suchen Hochstapler. Wow. Yes. Danke. So weiß ich, wenn du wenigstens mit dem ich sprich. Vielleicht kommt es wieder einmal. Einen lässigen Slogan habe ich gelesen. Klimaschutz statt Fliegerschmutz. Kann man sagen, ja. Kann ich mich noch wieder drühen? Nein, wir steigen auch das ein. Leben ist ein ewiger Kreislauf aus zu viel Koffein und zu wenig Koffein. Und dann stirbt man. Bye. 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 Bye.